hallo freunde herzlich willkommen zu einem neuen unboxing oder sagen wir mal zu einem weiteren täglichen unboxing denn es ist das 17 unboxing für diesen kalender also für diesen adventskalender und zwar der von get digital denn heute haben wir den 17 dezember und wir öffnen das 17. päckchen was da drin ist das seht ihr gleich päckchen nummer 17 hört sich optisch oder hört sich optisch ist auch gut ja hört sich seltsam an wir haben hier nummer 17 wir haben das passende symbol natürlich dazu und wir machen das päckchen auf ist natürlich sehr gut verpackt mein kader möchte gerne mitspielen paket nummer 17 es ist ein bisschen ein artikel den ich so nicht kennen und nie gehabt habe ich weiß nicht was ich damit anfangen soll es ist ein looper ein marvel spinner sozusagen also so eine art geduldsspiel mit kugeln die man dann wahrscheinlich irgendwie durch gewicht verlagerung kreisen lassen kann keine ahnung muss man wirklich dann wenn ihr sowas kennt schreibt es doch gern mal rennen in die kommentare unter dem video was es damit auf sich hat ja so so wie wie diese finger spinner teile so wie ich das gerade hier so sehe von hinten ja so so ein spielchen um sich eben die zeit zu vertreiben wenn man nichts zu tun hat was ich von mir nicht behaupten kann weil ich bin ja aktuell auf dem weihnachtsmarkt tätig und ja ist schon wild freunde im endeffekt ist es ein cooler artikel ich weiß nur nicht ob ich damit was anfangen kann das muss ich erst noch rausfinden ok ich denke mal wir beenden dieses video vom 17 dezember und springen ruckzuck in den 18 denn morgen ist es soweit ich wünsche euch alles gute habt einen schönen tag wir sehen uns morgen freunde macht's gut